Hallo Leute, wir spielen TTT, was ist das hier eigentlich in der Map? Hallo, warum kann man hier nirgendwo weitergehen? Ah, hier ist ne unsichtbare Wand, Alter. Scheiß Map. Valrek, tötet mich. Nein, tötet mich. Wo ist bei mir? Hallo Valrek. Was? Sniper, töte dich irgendwie selbst. Ich bin innocent. Was ist mit mir? Du sollst dich selber töten. Okay. Warte. Ich kaufe schnell was. Ich fahre Autos durch? Nein. Scheiße. Sag mal, kommt man nicht zu den Häusern da hinten? Nee. Das ist ja voll geil. Ja, da hoch. Gibt's hier bessere Waffen, als für die Mc10? Ich finde irgendwie keine. Ich hab bis jetzt nen Sniper gefunden, was anderes mit. Farmers. Ich hab egal. Ist die Map scheiße, Alter. Echt? Ich hab mir unter Ape House auch was anderes vorgestellt, ey. Und die ist halt irgendwie extrem klein, weil überall unsichtbare Wände sind. Kann man in Häuser rein? Ja, in zwei. Ich kenn die Map nur als noch ne größere Variante. Man kann nicht mal weiter in den zweiten Stock. Da geh in die Treppe, die du zum Viertel hochlaufen kannst. Dann stehst du an. Ach, du bist zu dumm. Nee, da kann man sich durch. Bist du zu dumm zum Treppen gehen? Oh Gott, dammit. Ich bin halt kein Zwerg. Ja, ich bin halt kein Zwerg. Geh weg. Ich geh. German. Oh. German. Magneto Stick. Wer ist es? Der Maxi, ist es. Ich bin ein Detektor. Warum kann ich die Tür nicht zumachen? Ich will Ruhe in meinem Zimmer. Ich setz mich jetzt an deinem PC, Alter. Hab, geh, weg, raus, jetzt. Wann hast du denn da schon wieder für Sachen untergelegt? Nichts. Du machst doch den Computer kaputt, Alter. Ich glaub, es dauert einen Monat Hausarrest. Du bleibst jetzt in deinem Zimmer hier dritt. Wer ist da vor dem Fenster? Ich. Du kommst jetzt hier nicht mehr raus, ne? Geh raus. Nein, scheiße. Wow, 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 wow. Wie immer noch was hast du geballert? Auf den Fernseher, komm. Okay. Ah stimmt. Herman ist es. Und Zawo wahrscheinlich. Nein. Michi ist es, Michi ist es. Geh hoch, geh halt hoch. Ja, dann müssen. Michi ist es. Herman. Zawo. Nein, das ist Zawo. Ist es du? Nein. Boah ran. Ich hab geschossen. Wohl schon, Alter. Ja, ja, ich glaub's dir. Ich hab nen Bumerang aufgehoben. Also es gab nen Bumerang, aber ich war's nicht. Ja, ich weiß nicht, der kam aus diesem Zimmer, wo Leon ist rausgeflogen. Keine Ahnung, wer das war. Der kam hier rausgeflogen. Ja, ja. Guck mal da in den Schrank rein. Da in den Schrank. Aber? Der. Ja. Ach, scheiße. Soll ich quasi kein Leben mehr? Was soll ich dir denn sagen? Weiß nicht, hast du einen Bumerang geworfen? Ich hab keinen Bumerang geworfen, Alter. Ich hab keinen Bumerang geworfen, Alter. Ja, ich hab ihn nicht weggemacht, weil ich ihn truste. Ich truste ihn nicht. Ja, der hat auf nen Detektiv geschossen. Ja, das ist ein Schweißdreck. Ja, das ist ein Schweißdreck. Da muss der andere ja fast hing sein. Wer? Wer? Ja, Herrmann. Wer ist jetzt gestorben? Wer muss der andere sein? Das ist die Frage. Ah, hier ist grad eben... Ja, das war ich, weil ich dachte, du wärst Herrmann, weil er auf mich grad geschossen worden ist. Und zwar von der anderen Seite. Von der anderen Hausseite. Und zwar von der anderen Seite. Puh! Ähh, Maxi! Fuck, Alter! Ah, Junge! Glaubt auf mein Kreuz, ihr Schweine! Was ist für dich? Ich bin ein Bumerang. Ich vertraue, Herrmann. Was soll ich denn alles sagen? Ich vertraue, Herrmann! Ich tue dich nicht! Ich hab so den Bumerang dann eben geschossen. Okay. Herrmann. Nein. Nein! Das war's jetzt wieder. Du hattest den 20% Trust Factor, der lange gekommen ist. Wäre Schweine, Mann. Warum ich überhaupt weggekommen bin, Alter. Ich war so was für ein Safer. Das war so schön. Ah, Junge. Okay. Ich hätte dich, ich hätte dich auch weggemacht. Du sollst fahren. Bumerang. Waffe. Und total easy zu treffen. Kilometer daneben. Okay, weg von meinem Hiding Spot. Ich vertraue jetzt wieder auf meine Bauchgefühl. Herrmann ist bei mir. Herrmann hat geschossen. Ich wollte wechseln auf die Diegel. Herrmann hat Waffe gewechselt. Herrmann ist es. Das ist der D-Tip. Das Hintenl ist der D-Tip. Das ist der D-Tip. Das ist der D-Tip. Das ist der D-Tip. Ich glaub es ist Zeit für... Dashher ist hinter dir, Warrek. L-Tip. G'sh, G'sh, Das G'sh! Geh weg! G'sh. G'sh, Das G'sh. G'sh, going to get rid of you! Leon, geh weg! Lea nicht checkd ich. G'sh, G'sh. Kopp den random art. Nein. Leon, ich töte dich, Alter. Das ist das zweitmeste. Naja. Mach nix sonst an der Tür auf. So. Ich bin jetzt in einem Raum, ja? Und da kommt niemand. Ähm, Leon. Du bist mein Türwächter. Hier kommt niemand rein. Wow, wow, wow. Man kann die Tür nicht zumachen, hier. Warum ist hier alles voller Blut? Guten Tag. Hier kommt niemand rein, Leon! Raus! Achso. Raus! In meinem Zimmer sollte sich auch jeder verpissen. Leon, nein! Du kommst hier nicht mehr raus. Das Risiko geh ich nicht ein. Jetzt könnt ihr aber... Guck auch nicht rein, Leon! Ja, hinter mir ist der Maxi. Hinter mir ist niemand! Oh! Er hat mir grad ne Brandgranate rein geworfen. German! Nein, das war fucking Alianto. Hab ich auch angekündigt. Wenn ich jetzt schnell wüsste, Maxi. Ja. Ja, das war ich. Komm rein, Dasher! Nee, du! Dasher geh da rein! 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 Ich geh da rein! Und kein Licht! Drei Tage! Ab jetzt bist du nicht mehr Dasher, sondern Harry Potter! Mann, ich geh da zu scheiße! Okay, das ist gut. Das ist gut. Also, ich hab Alianto gekillt. Geh weg, Leon! Ich glaub der wird im Stuhl an. Hey! Also, Alianto, das war ziemlich schlecht von dir. Ja, man sieht den Arm gut, geil. Au! Au! Ey, was geht denn da jetzt ab? Callt mal was, ey! Ähm, ich kann nicht erschießen und dann rausgehen, ne? Au! 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 Ey, Moment! Ja, ist es jetzt Leon oder Hermann? Ich schieß einfach auf alle! Alles klar, Michi! Oh, lol! Du hast es kaputt gemacht! Ist es bei dir? Nein, ist es bei dir? Ist es bei dir? Ist es bei dir? Nein! Ist es bei dir? Nein! Da auf! Nein, höre ich nicht! Du bist der Einzige, was noch nicht angeschossen war! Ich musste Gleichheit... ...hier, wiederherstellen! Hermann läuft mir hinterher! Blüte ihn! Leon ist auch da jetzt? Ah, fucking hell! Diese Fakten wurden sich voll in Wände! Ich könnte Hermann jetzt mal wieder wegmachen, aber diesmal hab ich dem Gefühl, dass das nicht ist! Ah! Ich glaub, er ist es! Aber dein Gefühl also zugreifend war letzte Runde! Ja! Immer das Gegenteil von seinem Gefühl! Leon, Leon, Leon! Maxi läuft zu mir grad mitgelaufen! Maxi ist bei mir, okay? Warek, du hast einen Fehler gemacht! Was denn? Mit der Wahl, wo du dich grad hingestellt hattest! Nein! Ich hab' nur Waffen gewechselt! Ich hab' nur Waffen gewechselt! Däscher und... Däscher ist es nicht! Mit ziemlicher Sicherheit! Warum? Hast du ihn grad umgebracht? Ne, weil ich mit ihm im Warnschrank war ungefähr 1000 Stunden! Alleine! Und wir alle dann hier! 1000 Stunden! Ich glaub' das ist Leon, weil es passiert ewig nix! Ja schon, oder? Du weißt schon, dass das auch irgendjemand anders machen kann! Das könnte auch Maxi sein! Genau weil er denkt, dass du das dann sagst! Ja, aber das ist immer nur Leon! Wenn's uns auffällt, ist es eigentlich meistens Leon! Ja! Du zerstör deinen Kamerang! Warek, kannst du dich nicht heilen! Hat irgendwer Muni für mich? Brauch' ich nicht! Naja, es hat nur 27 Schuss! Hallo Maxi! Danke! Hey, da wär' Leon! Däscher, däscher, däscher! Keiner geht ins Elternschlafzimmer! Boah, in der Runde hätte ich mir so hart gewünscht Traitor zu sein! Die hätte so viele Nice-Kills machen können! Oh lol! Maxi, du bist ein Genius! Warum? Ach Gott! Ja, ich war's, aber ich hab' einfach die ganze Runde, nachdem mein Traitor-Kollege am Anfang gestorben ist und irgendwas getan! Ja, ich hab' mein ganzes MP7-Magazin auf 7 verschossen und er ist nicht gestorben! Ich hab' ne P90-Verrüstung gehabt! Hehehe! Ach, schau mir, Pat! Ich hab' echt einfach null Ahnung, was ich mag! Warum machen die so wenig Schaden, oder? Das ist so langweilig! Also, Leon, das war so offensichtlich, dass du Traitor bist! Also, sorry, aber... So offensichtlich! Alter, meine abgeseckte Schrotflinze sieht ja mal richtig spacey aus! Ach, scheiße! Die leuchtet wie so eine... Ja, kannst du mir die geben, weil ich will auch mal ne gute Waffe! Nee, verpiss dich! Ja, muss ich dich reinholen! Maxi, geh durch! Ne Waffe! Ne Waffe! Maxi, geh halt dann weg! Bin eh noch! Ah! Grimann schlecht, Grimann ist Traitor! Ich bin ein Detektiv, verpisst euch alle von mir! Michi, gib mir deine Waffe! Ich bin nachhause! Ich bin heute kurz erlaubt'n dir, du! Michi, Michi! Raus! Oh, Taube! Äh, Dascher! Maxi, Dascher ist es! Oh Gott, Jungs, das ist ungut! Geh weg, Maxi! Oh, lol! Da ist ne Tür! Maxi, hast du ne Pistole? Ja! Kannst du mir die Pistole droppen? Nee, ich hab keine Pistole! Ich hab nur die da! Die Autosniper! Dann mach die Tür hinter dir! Also, du weißt schon die Tür zu! Gehen von selber zu, alle! Ich glaub, unter uns hat grad wer getrunken! Oh! Oh, was! Ich hab mal keine Waffe! Ich hab mal keine Waffe! Also, es... Äh, Simon! Es ist ne... Leon und Dascher sind's, ja! Dascher und Leon sind's! Ich weiß! Ach, du hast keine zweite Waffe! Nee! Warum? Goddammit! Ey! Simon, komm mit! Simon! Was? Was? Ja, hier! Ja, was? Ich weiß! Da unten! Du hast die Tür im Blick, oder? Max, sie kämpfen die gegen dich! Ja! Ja! Er kommt hoch! Okay! Lebst du noch? Ja! Ja! Hier ist! Hier ist! Ja, ich töte Leon grad! Ja! Ja! Ich überschätze sie! Ich hab jetzt eben auch nur noch einen neuen Schuss! Aha! Cro-Bar! Ich hab keinen Schuss mehr! Cro-Bar! Okay! Cro-Bar! Komm! Ja! Stopp! Stopp! Ah! Fuck! Äh! Simon ist bei den anderen Waffen! Uncool! Ja! Das heißt, ich hab jetzt grad nix! Hm! Die ist leer! Ja! Okay, Leon! Dich nehm ich noch mit! Alter! Die USB ist das ja räudigster Abfall! Ah! Scheiße! Was denn das für Scheißwaffe? Justin, bitte für ne minderwertige Runde! Äh! Ich hab ne ganze Runde keine Waffe gefunden! Ja! Leon! Ich hab dich gemacht, ne? Ich weiß! Und der Domi hat dich dann sofort gekillt, dass du mich nicht mehr callen konntest! Da bin ich ihm auch sehr dankbar dafür! Eigentlich, der Domi hat die ganze Runde gemacht! Ich hab die ganze Zeit bloß Bullshit gebaut! Domi hat bitte mir aufgeräumt! Ja! Verdient! Ich tisch hier nen Leon! Endlich ne gute Waffe, Alter! Ich, ich dachte, das hält! Bei mir läuft der, das kann ja bloß Leon sein! Ich, ich dachte, das hält bei mir läuft der, das kann ja bloß Leon sein! Ich, ich dachte, das hält bei mir läuft der, das kann ja bloß Leon sein! Das ist schnutz! Zu kämpfen, war echt ein Krampf! Ja, man kann ja bloß Leon! Und dann sag ich so, oh hey, das ist wollerig! Aber damit hab ich nen Traitor gekillt, also! Ja, ich hatte aber auch, das ist irgendein absoluten Bullshit! Oh, ich bin Dete! Die Maxi trau dir nicht! Die ganze Zeit... Ah, der Scheiß ist da! Der Scheiß ist da! Aber jetzt schau mal! Ach man! Random Kill! Warte kurz! Ah, Simon! Es ist nicht ein Tracker! Ach so! Äh, ich bin, äh, zu direkt zu... Ach, wir sind Random Kill! Warum schießt du auf mich? Ist es wegen Random Kill oder wie? Ja! Ach so! Ah, sorry, sorry, sorry! Voll Idiot! Was ist für ne Waffe, Alter? Ich hab hier Simon war! Mit dem besten? One-Shot, wenn du dich triffst! Dafür ne eine Kugel! Au! Und wo? Ich hab keinen Schuss mehr! Das ist jetzt, natürlich, ungute Sache! Ich hab keinen Schuss mehr! Ich hab keinen Schuss mehr! Alter, wie oft muss ich dich denn bitte hin? What the fuck? Ach du Scheiße! What the fuck? Nein! Hi! Hi! ich war von anfang an trader und habe schon ausgemalt wie schön das weg machen kann und dann kommt und ich denke nur so alles klar immer doch immer doch manche situationen wieder viel zu viel auf einem fleck er hat einfach schon wieder so viel kam er ist es gibt aber echt wenig waffen ja das ist ein problem es gibt zwei wochen waffenspots auf mich wurde geschossen also ganz hinten wahrscheinlich im rasen ja also ich habe eine schwarze ich habe eine ar ja oder ja das kann es auch gewesen sein aber es war ja hallo hallo simon wo bist du hin wenn wieder zurückgelaufen rückgelaufen rückgelaufen juli rückgelaufen ich in der letzten runde habe ich die bayern halt eingepackt ich habe meine ganzen dinge auf dem bau ist ein burkenkäfer aber guck wenn man da rein schießt ja ich habe den bau ja ich habe den bau ja ich habe den bau ja aber das sind genau das ist richtig die löcher guck wenn du da rein schießt ich will zu grad auf den nervchen magst du nee was dann magst du vielleicht auch da ja ich sterbe ich sterbe ja irgendwas hat uns gerade beide getroffen irgendwas ist es im haus eine bombe war im keller maxi ist es hast du die möglichkeit uns zu heilen kannst du eine healthstation kaufen maxi ist es nicht ich bin selber nur noch 30 leben habe ich noch irgendwer hat mit einer snapper gerade auf mich geschossen au ach so tschuldigung michi er hat auf die tür maxi kann den dd hee dashi schießt auf mich dashi schießt auf mich dashi ist es hallo dashi ist es spinnst du warum schießt denn du geh ich halt ja ich wusste es ich wusste es nichts gemacht ich bin sehr paranoid diese runde ich habe einen traitor gekillt ich habe einen traitor gekillt ich habe einen traitor gekillt da drin ist leon hier nein ich bin neben dir du vollidiot hä da drin ist noch ein leon ganz ehrlich dashi ich töte ich töte hermann ja und dann sagst du auf dich wurde geslidebert bist du eigentlich bescheunert nein ich wusste es weil du aus dem keller rausgekommen bist mit der boppe ich bin gegen so eine wand achso aber selbst wenn sie getroffen hätte hätte ich dich von hinten weggebrannt ich bin schon direkt hinter dir und du hast mich auch mitgenommen ja das war kreis da war ja doch noch was gutes sorry simon aber ich kann es halt einfach im gefühl ich habe dich gesucht ja warum hast du mich überhaupt abgeknallt mich hier ja keine ahnung ich war trigger happy ich habe schon drei leute abgeknallt die runde es war auch nicht auffällig dass ich gesagt habe hey Xaver komm mal hier und lass uns Borkenkäfer angucken ja ich hab die Bombe schon gesehen aber ich werde locker selbst gehen super im Fatschenschatten ähm wieder keine Waffe ey ja ich hab ich werde abgeknallt auch keine Waffe warte mal von wo ja mäh ja warum ja der hat das ah lol hier sind überhaupt keine Waffen ja klar ich bin aber leider innocent und leider will ich für den Wind jetzt noch gehen Leon oder Maxi ja ich war's zu viele Punkte bin ich jetzt nicht von dir weg ok Maxi war's ja warum ja ichs war ah Leon ist ja auch noch du bist ein Traitor gibst du das jetzt zu besser als ne Axt gib zu ich bin Traitor ok liegen hier irgendwo noch Waffen oder Munition aber ich wurde gesch... ok ok Hermann war's Hermann Hermann ist hinten bei ner Wiese hey Hermann soll mich töten warum ok ja weil ich Mirafate anhab wo ist Hermann ja dann sag's doch nicht so laut hilf mir Fugel oh da ist wer gestorben Maxi ah oben auf dem Dach Hermann links was? oben offen? Alianto Ali Ali Anto hör mit ich hasse dich bitteschön wir haben gewonnen du natürlich du hast wirklich scheißrunde die lade ich nicht hoch ja richtig also tschüss war's jetzt ich schau's ich liebe es ich schau's